Sorry, dass das Video gerade ausgegangen ist. Wir haben auch zu sehen auf den Knopf gedrückt. Weißt du? Ich! Ich war auch nicht mal in der Nähe von dem Knopf, du Fisch! Egal, Katja malt jetzt eine Erzfähre. Du drehst deine Schreie im Schal auf. Ja. Vorbahnfrau. Oh Gott. Jetzt setz dich hin, wir drehen hier ein Video. Hier wird sich eh 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 benommen. Mein Tater denke ich nur, mit was für Azis lebe ich zusammen. Hier hast du einen Fisch. Stift. Stift, ein Stift. Okay, was ist mein Wort? Erdbeere immer noch. So habe ich gar nicht mehr. Stell Stift an. Stell Stift an. Du musst ein bisschen spitzer sein. Okay. Was ist das? Das hier ist ihre Erzfähre. Die hat auf jeden Fall ein Einfluss mit Sternchen verringt. Egal, wir haben jetzt noch einen Begriff. Den letzten, den ich hier mache. Hase! Okay. Stift. Stift. Und hier. Ich geh da gerade irgendwo jetzt nie. Hör auf rum zu blasen! Jetzt habe ich anstatt dem Fuß zwei Finger gemalt. Keine Unterschiede mehr. Ich bin raus. Schweiß dich, das fehlt dir ohne mich. Ich krieg's nachher die Türe an. Das ist ihr... Das ist ihr Hase. Habt ihr mir anders überlegt? An dieser Stelle wäre ich das Video. Und zwar, ich bin Feuerwehrmannsäm.